Hey Leute! Heute mache ich den Dies- oder Das-Tag. Ich wurde weder getaggt noch sonst irgendwas, aber ihr wisst ja, ich mache die Tags auch einfach bloß so, weil ich Tags geil finde. Ja, ich möchte euch aber bevor ich anfange dazu aufrufen, dass ihr mir doch mal ein paar Tags in die Kommentare schreiben könnt, die ich doch vielleicht mal machen soll, denn ich liebe Tags so und finde die ganz cool und vielleicht gibt es ja Tags, die ihr ganz cool findet oder so und dann schreibt mir einfach mal welche in die Kommentare, das würde mich so interessieren, denn ich mache sehr gerne Tags. Gut, ich mache heute den Dies- oder Das-Tag. Der wurde, glaube ich, ins Leben gerufen von LionTV. Lion, also der Timo. Ich glaube, der hat den erfunden und ich habe, er ist ja im Endeffekt, ist der ja eigentlich so wie der Entweder-Oder-Tag, nur dass halt andere Fragen sind. Den Entweder-Oder-Tag habe ich auch schon mal gemacht, den findet ihr in der Infobox und den Kanal von Timo findet ihr auch in der Infobox, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, was ich bezweifle. Ich fange einfach an. Laptop oder Computer? Also ich habe einen Computer, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich weiß es nicht, es ist schwer, würde ich sagen beides. Zuhause, wo man halt wohnt, bei sich zuhause ein Computer, weil ich finde, Computer ist an sich, du kannst mehr machen und ansonsten würde ich halt sagen Laptop, weil Laptop halt zum Reisen sehr praktisch wäre, glaube ich und an sich dann auch praktischer, also wenn man viel unterwegs ist. Deswegen würde ich sagen beides, aber ich tendiere, glaube ich, mehr zu Computer, weil ich, glaube ich, mein Leben lang eigentlich nur einen Computer hatte, obwohl ich mir manchmal echt wünsche, irgendwas für unterwegs zu haben. McDonalds oder Burger King? Ich glaube McDonalds. Also, ich gehe auch gerne bei Burger King essen, so ist es nicht, aber wenn ich die Auswahl habe, gehe ich doch lieber zu McDonalds. Da gibt es mehr Sachen, die ich lieber esse, als bei Burger King, glaube ich. Ja. Deshalb McDonalds. Deo-Rolle oder Deo-Spray? Ich persönlich mag Deo-Spray lieber. Habe auch mal gehört, es soll hygienischer sein, weiß ich nicht. Ich hatte früher mal immer, ich hatte früher beides und ich glaube, beziehungsweise ganz am Anfang hatte ich immer nur eine Deo-Rolle, als ich noch ganz jung war, weil ich persönlich das Spray immer total eklig fand und mittlerweile muss ich aber sagen, also ich persönlich benutze nur noch Deo-Spray, Deo-Rolle habe ich gar keinen mehr. Ich benutze wirklich nur noch Deo-Spray. Äpfel oder Erdbeeren? Erdbeeren. Erdbeeren sind mein Lieblingsobst, also beziehungsweise viele sagen, es zählt ja nicht zum Obst, es zählt zu den Nüssen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich liebe Erdbeeren. Äpfel esse ich auch, so ist es nicht, aber wenn ich die Auswahl habe, nehme ich Erdbeeren. Katzen oder Hunde? Ich mag beides sehr gerne, aber wenn ich jetzt im nächsten Leben ein Tier sein könnte, würde ich wahrscheinlich ein Hund sein und ich persönlich habe auch einen Hund. Ich mag aber beides. Ich bevorzuge keine Katze oder keinen Hund, aber na doch, zum Teil vielleicht bevorzuge ich einen Hund, aber ich hasse keine Katzen oder ähnliches. Eigentlich stelle ich Katzen fast gleich. Ich würde am liebsten einen Hund und eine Katze haben oder weiß ich nicht, so ein bisschen so gleichzeitig, dass es so ausgeglichen ist oder so. Also ich mag beides, habe aber persönlich nur einen Hund. Ich hoffe, das ist so okay und ihr versteht, was ich meine. Blond oder braun? Also ich bin blond, beziehungsweise es ist gefärbt. Eigentlich bin ich Köterblond, aber es ist ja blond, nur ein hässliches Blond. Und ich mag aber sowohl blond als auch braun. Also ich habe auch schon oft überlegt, mir die Haare mal braun zu färben. Ich hatte schon mal, als ich meine Perücke auf hatte, so hatte ich immer Bilder gemacht und hochgeladen und die sah aber auf Bildern immer schon fast schwarz aus, obwohl sie eigentlich dunkelbraun ist. Wenn, dann würde ich mir die Haare aber auch nicht dunkelbraun färben, sondern eher so schokobraun oder auf jeden Fall ein helleres Braun. Und auf jeden Fall haben dann viele gesagt, dass mir die dunklen Haare viel ziemlich gut stehen. Einige haben sogar gesagt, dass mir die dunkleren Haare besser stehen als das Blond. Ich hatte die Perücke nur mal zum Austesten genutzt gehabt, weil ich das eine noch mal gucken wollte, wie das dann so aussehen würde. Es war ungewohnt, aber es war irgendwie cool. Aber ich weiß nicht, ich kann mich so schwer von meinem Blond trennen. Natürlich würdet ihr jetzt sagen, du kannst ja erstmal eine Tönung holen, aber ich weiß nicht, ob eine Tönung richtig gut ist, wenn meine Haare blond sind und ich eine braune Tönung reinmache, ob da nicht irgendwie dann irgendwas falsch ist oder dass es dann so fleckig wird oder total scheiße oder so. Davor habe ich halt Angst, weil ich noch nie meine Haare getönt habe, bisher immer nur gefärbt. Und die andere Sache ist halt auch die, dass ich, wenn ich richtig färbe, dass ich einfach Angst habe, dass ich so gern unbedingt wieder zu meinem Blond zurück möchte. Und dann würde ich sie wieder färben und wieder vor allen Dingen so hell kriegen. Das ist wahrscheinlich auch übelst anstrengend. Vor allen Dingen, wenn ich meine Haare jetzt von Braun dann zu Blond färben würde, dann müsste ich auf jeden Fall zum Friseur gehen. Das könnte ich ja nicht selber machen. und das wäre glaube ich, oh mein Gott, ich glaube, ich würde meine Haare noch mehr strapazieren, als ich es sonst schon tue und sie werden mega kaputt an sein. Deswegen, ich weiß noch nicht. Ich will auf jeden Fall irgendwann mal meine Haare braun färben, das ist es. Aber ich weiß echt noch nicht, wann, weil ich kann mich bisher jetzt einfach noch nicht von meinen blonden Haaren trennen. Und deswegen sage ich weder blond noch brünette, denn ich habe auch viele brünette Freunde und das hat also gar nichts zu sagen. Ich mag beide Haarfarben sehr gerne, auch wenn ich blond bin. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Eigentlich würde ich immer sagen, ich bin eher so der herzhafte Mensch. Ich liebe einfach irgendwie herzhaftes Essen. Viele essen morgens was Süßes. Ich liebe eigentlich was herzhaftes zu essen. rühre ein mit Speck oder so, also mit Bacon oder was weiß ich. Also ich bin so voll der herzhafte Typ eigentlich. Obwohl ich sagen muss, dass ich in letzter Zeit doch ziemlich süß auch geworden bin. Was heißt süß? Ich würde zum Beispiel auch so gerne einfach so ein Croissant mit Marmelade morgens essen oder Pancakes so mit Ahornsirup. Das ist auch so was richtig Geiles. Aber bei mir ist es halt, weiß ich nicht, ich esse zum Beispiel lieber anstatt ein Stück Chocolade oder anstatt also ich bevorzuge, wenn ich so Gummibärchen, Chips und Schokolade habe, glaube ich bevorzuge ich eh meistens Chips. Chips sind halt das herzhafte und wenn ich Gummibärchen und Schokolade habe, dann bevorzuge ich glaube ich meistens Schokolade. Nein, gar nicht. Ich glaube ich bevorzuge meistens Gummibärchen. Und es ist so, dass ich halt auch weiß ich nicht, lieber so Mini-Salamis oder so. Kennt ihr sowas? Ich finde die so geil und ich liebe sowas so gerne oder solche Chili-Salami-Peitschen oder so und ich esse das so gerne und das ist halt sehr herzhaft und anstatt mal so ein Stück Chokolade zu greifen, würde ich lieber sowas essen. Aber die Sachen die meistens denke ich mir so, wenn ich so was so wenn ich so herzhaft gegessen habe oder so nach dem Mittagessen denke ich mir so oh was Süßes passt noch rein. Also nach was herzhaft soll immer was Süßes. Weiß ich nicht, ein Stück Chokolade und Pudding oder so. Aber manchmal ist es auch so, wenn ich so Süßes gegessen habe, dann denke ich so jetzt brauche ich was herzhaftes. Also weiß ich nicht. Entscheidung fällt mir da glaube ich zu schwer. Lego oder Playmobil? Ich hatte früher glaube ich mehr Lego. Playmobil hatte ich glaube ich gar nicht. Obwohl ich es mir eigentlich im Kopf immer ganz gerne gewünscht habe. Ich weiß nicht, von meinen Eltern habe ich es mir auch nie gewünscht oder so. Ich habe es immer nur in meinem Kopf mir gewünscht. Meine Freundin hatte Playmobil so richtig mit im Haus und das war richtig cool und ich dachte so boah geil. Aber ich hatte glaube ich immer nur Lego. Ja. Nike oder Adidas? Ich mag beides sehr gerne. Sowohl Nike als auch Adidas. Also ich bin da jetzt nicht so lieber Nike oder lieber Adidas denn ich mag beides. Es gibt sowohl bei Nike als auch bei Adidas finde ich schöne Schuhe aber es gibt auch sowohl bei Nike als auch bei Adidas Schuhe die ich nicht so schön finde. Also iPhone oder Samsung Galaxy? Also ich habe ein iPhone und das seht ihr jetzt gerade gar nicht wahr. Ich habe ein Ape Crime. Moment, ich mache kurz meine Hülle ab. Also ich habe ein iPhone. Vorher bevor ich mein iPhone hatte hatte ich ein Samsung Galaxy und ich muss sagen ich bin mit Samsung nicht so zufrieden. Ich mag iPhone 4 lieber deshalb iPhone. Party oder Chillen? Beides. Also ich mag es sowohl Party zu machen als auch mal zu chillen. Aber ich muss sagen ich mag Partys am liebsten so so Hauspartys oder generell wenn man so Party macht weiß ich nicht Dorfpartys oder weiß ich nicht wenn man zum Geburtstag eingeladen ist und da Party macht sowas mag ich viel lieber als so in irgendeinen Club zu gehen und da Party zu machen muss ich sagen weiß ich nicht da würde ich dann glaube ich ich meine ich würde vielleicht in einen Club gehen und Party machen und ich war auch schon mal in einem Club und so aber in der Disco wie auch immer man es nennen mag und es war auch cool und so aber ich weiß nicht bevorzuge meistens eher Hauspartys Geburtstagsfeiern wo man richtig Party macht oder Dorfpartys hier bei mir auf dem Dorf das finde ich schon irgendwie viel cooler vor allem so mit Engen im Engkreis mit Leuten die man kennt als mit Leuten also die man halt nicht so kennt und Chillen würde ich auch immer bevorzugen weil sowohl chillen kann auch richtig geil sein mit Freunden einfach nur chillen und deshalb ist das echt schwer aber ich glaube ich bin eher der chillige Typ und deshalb chillen Subway oder KFC das ist schwer ich mag sehr gerne Hähnchenfleisch deshalb könnte man sagen KFC aber bei KFC sowohl Subway als auch KFC gehe ich nicht so oft aber ich glaube Subway gehe ich wenn dann noch öfters als KFC und würde deswegen aber auch glaube Subway nehmen weil bei Subway kann ich halt alles zusammenstellen denn bei KFC hast du halt wirklich nur dieses Hähnchenzeug und ich weiß nicht ich esse es aber ich glaube wenn dann würde ich Subway bevorzugen Links oder Rechtshänder ich bin Rechtshänder wäre aber manchmal gerne Linkshänder nicht fragen warum weiß ich nicht habe ich so im Kopf ich wäre gerne Linkshänder fragt mich nicht warum schon seitdem ich klein bin habe ich das im Kopf und sage mir ich wäre gerne Linkshänder keine Ahnung warum Cola oder Fanta ich mag beides sehr gerne aber ich nehme meistens Cola ja deshalb würde ich sagen bevorzuge ich Cola Horror oder Liebesfilme Horror also Liebesfilme können auch ganz cool sein was heißt cool können auch ganz schön sein aber wenn dann bevorzuge ich glaube ich lieber Horrorfilme und ja gucke sie sehr gerne vor allem mit Freunden allein das dann manchmal so gucke ich auch alleine aber das ist immer so nicht so geil da gucke ich dann lieber Liebesfilme alleine Nintendo oder Playstation Playstation würde ich jetzt sagen also ich habe eine Playstation ich habe eine Playstation 2 und ich habe eine Nintendo DS aber mit dem spiele ich gar nicht mehr und mit der Playstation okay die staubt mehr oder weniger bei mir auch ein aber ich will die auch nicht verkaufen oder ähnliches weil ich habe halt noch so mega die SingStar Spiele und manchmal wenn man so Party macht oder so ist SingStar echt lustig und ist manchmal richtig cool wenn man etwas getrunken hat ist das auch richtig nice deswegen weiß ich es nicht aber ich würde äh Playstation bevorzugen Canon oder Nikon Nikon? nein ich würde sagen Canon ähm weil ich habe auch gehört dass die Spiegelreflexen von Canon besser sind als die von Nikon ich habe keinen Spiegelreflex ich habe eine Digitalkamera von Lumix ähm aber ich habe eine kleine Vlogging Cam und die ist von Canon und mit der bin ich voll zufrieden deshalb ja Kino oder DVDs mhm das ist sehr schwer ich gucke ja sehr gerne Filme ähm gehe auch gerne ins Kino gehe aber nicht so oft ins Kino weil ich leider ähm so weiß ich nicht ich denke mir immer so ja Kino kostet so viel Geld Kino ist so teuer und ähm obwohl es jedes Mal total schön ist wenn man im Kino ist dieses Feeling mit Popcorn Nachos Softgetränk oder weiß ich nicht Süßigkeiten oder was auch immer man sich bestellt und das ist so geil ich weiß ich liebe es vor allen Dingen wenn man mit vielen Leuten ins Kino geht ich mag das sehr gerne aber ich mache es selten weil es halt so teuer ist ähm deshalb mache ich halt meistens eher so DVDs gucken und ähm das ist halt nicht so teuer wenn man vor allen Dingen die guckt die man hat oder beziehungsweise nur mal irgendwo ausleiht die DVDs ähm das kostet ja dann auch nicht so viel und so ein DVD Abend mit Freunden oder so ist auch echt geil also das mache ich dann auch schon öfters als ins Kino zu gehen aber da kann ich mich echt nicht entscheiden denn ich finde Filme an sich sind schön und Kinoabende können schön sein wenn du einen schönen Film guckst Kinoabende können auch nicht so so schön sein wenn du einen Scheißfilm geguckt hast okay aber du hattest das Feeling mit deinen Freunden aber das gleiche ist kann dir mit einem DVD Abend auch passieren du kannst eine DVD gucken die total scheiße ist aber du hattest das Feeling mit deinen Freunden aber du kannst auch eine DVD gucken die richtig gut ist und dann war das Feeling und die DVD gut also kann ich mich da auch wieder nicht entscheiden ich bin immer so Entscheidungen fallen mir immer schwer und dann liebe ich Text oh man Weihnachten oder Geburtstag ähm ich hatte immer geantwortet Weihnachten und ich glaube das würde ich heute noch antworten aber ich habe so ein bisschen meine Einstellung eigentlich geändert also ich muss sagen Weihnachten ist immer so gezwungen Weihnachten ist immer da muss jeder jedem was schenken es ist halt Weihnachten und am Geburtstag da schenkst du halt nur einer Person was und die und das ist so und wenn man selber jetzt davon aus ist es so ich weiß nicht Geburtstage sind es ist echt schwer die Entscheidung ich mag sowohl Geburtstage als auch Weihnachten aber ich glaube natürlich ist Weihnachten oftmals so ich finde dieses Feeling was man mit der Familie hat dieses Zusammensitzen total schön nur manchmal kommt das so ziemlich gezwungen rüber und dann ist das immer auch wieder scheiße aber ich glaube ich würde mich trotzdem jetzt für Weihnachten entscheiden glaube schon und wenn es nur so ein Stück ist warum ich mich für Weihnachten entscheide so klein zocken oder skaten ähm ich zocke nicht beziehungsweise nicht ich hatte mal ein Spiel was ich angezockt hatte angezockt angespielt hatte und aber ich bin nicht so ich kann nicht lange an einem Spiel hängen bleiben ich habe auch keine Spiele Apps auf meinem Handy die habe ich irgendwann mal alle runtergeschmissen weil ich nicht lange spiele ich verliere sehr schnell die Lust an Spielen und ja und dann spiele ich einfach nicht weiter ich gucke mir lieber an wie andere Leute zocken das heißt ich gucke mir gerne Let's Plays an und skaten kann ich nicht gucke ich mir lieber an wie andere das machen ich würde gerne Skateboard fahren können oder wenigstens Longboard fahren können aber das kostet ja auch erstmal Geld sich ein Skateboard oder ein Longboard zu holen und so und ja nee ähm ich glaube wenn dann würde ich eher Skaten sagen und beim Zocken würde ich sagen jemanden beim Zocken zu gucken das ist mir dann so Nacht oder Tag ähm ich glaube ich würde mich für die Nacht entscheiden ähm das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch aber ich bin auch so ein ich bin so ein bisschen so ein Nachtmensch ich weiß nicht wie ich das nennen soll ähm ich bin ein Mondkind nein kein Sonnenkind nein aber ich finde den Mond auch persönlich hübscher als die Sonne nur mal so nein ähm ich nachts erlebt man einerseits viel mehr glaube ich als am Tag nein das ist aber nachts passieren die coolsten Sachen wenn man was macht wenn man was unternimmt natürlich kann auch am Tag coole Sachen passieren ähm aber ich weiß nicht ich hab das Nachtfeeling ich liebe das einfach ich liebe es wenn es dunkel ist und ich weiß nicht ich kann es gar nicht beschreiben warum ich die Nacht so mag zum Beispiel in den Ferien ist es oft so dass ich eigentlich nur nachts wach bin und am Tag schlafe also ich hab dann in den Ferien das ist mein Biorhythmus total im Arsch also in den Sommerferien ist das ganz schlimm da bin ich wirklich ähm nachts die ganze Nacht wach weiß ich nicht bis um 5 oder um 6 und dann geh ich so pennen schlaf dann bis 16, 17, 18 Uhr und dann stehe ich auf und mache ich bin auch nachts viel produktiver nachts fallen mir die besten Ideen ein ich schreibe ja auch ein paar Geschichten und dann habe ich dafür auch immer Ideen nachts also das ist so ein bisschen ja weiß ich nicht ich bin halt so doch schon sehr der Nachtmensch Beziehung oder Single ähm ich war noch nie in einer Beziehung ich war ja schon mein ganzes Leben lang Single deswegen würde ich Single sagen aber ich wette wenn ich einmal eine Beziehung hatte dann möchte ich wahrscheinlich immer eine Beziehung haben ich weiß es nicht genau und bin dann wahrscheinlich voll der Beziehungstyp ähm aber jetzt muss ich sagen ich bin Single und deswegen würde ich mich jetzt für Single entscheiden und sehe bis jetzt auch nur Vorteile im Single sein und ja Disney oder Looney Tunes Disney ich liebe alles von Disney ich liebe alle Disney Filme okay vielleicht nicht alle ich habe vielleicht auch noch nicht alle gesehen aber die meisten und das ist so schön also ich liebe Disney Filme ein und die sind jedes Mal auf neu total schön und ich glaube Disney Filme sind solche Filme die niemals langweilig werden die man sich immer angucken kann und ja ich liebe Disney Filme einfach Apple oder Microsoft also Microsoft ne ich glaube ich würde sagen Apple also mein Computer hat zwar Microsoft und mein Handy Apple aber manchmal wünsche ich mir schon dass ich so ein MacBook hätte oder so aber manchmal denke ich mir es gibt bestimmt Sachen die ich mit dem MacBook zwar machen kann aber glaube ich nicht mit aber die ich mit einem normalen Computer von Microsoft hätte machen können die ich dann wahrscheinlich nicht mit dem MacBook machen kann ich weiß es nicht aber ich glaube ich bin eigentlich so ein Apple-Verfechter also ich bin so ein Apple-Verfechter ich weiß es früher weil ich es voll gehasst und jetzt mittlerweile mag ich es eigentlich voll gerne eben so die gesunde Mischung aus beidem tut es man braucht ein Apple-Gerät zu Hause das heißt ein MacBook und ein Computer falls man das machen will oder das weiß ich nicht also wenn ich von dem aus gehe was ich am häufigsten mache dann ist das Duschen weil Duschen einfach mal viel schneller geht und deswegen dusche ich sehr gerne aber ich muss sagen ich bade auch total gerne also wenn ich wirklich mal Zeit habe dann gehe ich auch mal baden in die Badewanne und dann ist das auch echt schön und dann mache ich mir das immer richtig schön gemütlich so mit einem Buch was zu lesen oder was weiß ich und das ist dann schon sowas wo ich dann so denke ja das ist es also baden ist schon schön wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt man vergisst halt die Zeit wenn man mehr Zeit hätte dann würde ich sagen baden aber ansonsten sage ich duschen Batman oder Spider-Man ähm Spider-Man nein ich glaube ich sage Batman denke ich Dunkin Donuts oder Starbucks oh Gott weiß ich nicht also bei Starbucks trinke ich gerne Frappuccino und bei Dunkin Donuts ist man gerne Donuts deswegen weiß ich es nicht genau aber wenn man wenn ich davon ausgehe wo ich schon am häufigsten war dann war das Starbucks und bei Dunkin Donuts war ich bisher noch nicht oft also deshalb würde ich da dann eher sagen Starbucks aber ansonsten könnte ich mich so nicht entscheiden oder man holt sich ein Frappuccino bei Starbucks und ein Donut bei Dunkin Donuts perfekte Mischung gestylte Haare oder Mütze Mütze wenn dann nein ähm weiß ich nicht wenn ich ein Bad Hair Day habe dann eine Mütze aber ansonsten meine Haare stylen tue ich die ja auch nicht wirklich die sind eigentlich vollstandard okay heute habe ich mal Haarspray in meinem Pony drin weil der nicht so geil war und ich weiß nicht heute habe ich die auch mal geglättet und ähm oder wenn ich mir Locken rein mache dann so das gehen wir davon aus aber ansonsten vor allen Dingen jetzt auch in der Winterzeit sage ich Mütze aber ansonsten trage ich eigentlich nicht so offene Mütze dann meistens so fertig ob das gestylt ist oder nicht Manga oder Comics keine Ahnung ich habe noch nie ein ganzes Manga Buch gelesen noch habe ich ein ganzes Comic gelesen weiß ich nicht YouTube oder Fernsehen YouTube also Fernsehen schaue ich echt nur noch selten und also ich muss ehrlich sagen es ist eigentlich fast ganz klar glasklar YouTube ähm weil Fernsehen schaue ich so wenig wenn ich ein paar Filme gucken will gucke ich die online und weiß nicht doch wenn ab und zu kommen Serien ähm die dann halt wirklich mitten dann jetzt laufen wo ich dann nicht im Internet gucke und da schaue ich dann vielleicht mal Fernsehen aber ansonsten ist das echt selten geworden ich meistens ist es eigentlich YouTube und ähm würde deshalb YouTube bevorzugen weil Fernsehen ist bei mir echt selten geworden und wenn dann schiebe ich mir meine DVD rein oder so oder gucke wie gesagt Online Filme aber ansonsten YouTube ja und das war der Tag ich hoffe er hat euch gefallen und ja wie gesagt schreibt mir doch mal ähm ein paar Tags in die Kommentare wenn euch das Video jetzt gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ähm ja ich tagge euch alle ganz einfach macht doch alle mal diesen Tag ähm das ist nie bei Tags ich tagge niemanden ich tagge alle und ähm ja deshalb hoffe ich dass euch das Video gefallen hat ähm wie gesagt würde mich über eine positive Bewertung freuen würde mich freuen wenn ihr mir einige Tags in die Kommentare schreiben könntet die ich doch mal machen sollte ähm wo ihr euch drüber freuen würdet wenn ihr mich noch nicht abonniert habt dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen und hoffe dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen Ciao